3, 2, 1 Und hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Infamous Second Son, meine Freunde. Ja, wir haben jetzt, wie ich sehe, den Teil schon abgeschnitten. Dann gehen wir auch nun ins neue Gebiet, und zwar der Gebiet, wo die Hauptstory beginnen soll. Weil die Basis sondern zu nehmen wäre jetzt nicht so Art Minz. Also, das kann gleich ein Akt werden, das schwöre ich jetzt schon. Na gut, machen wir uns auf den Weg. Aufgeladen haben wir. Passt gerade ganz gut. Ich muss ja wieder reinkommen, wieder neue Aufnahmestession. Ihr wisst ja, ich hätte ja sonst immer, es war ja letzte Woche nur dreitägig. Diese Woche wird es zweitägig sein, weil ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe. Vor allem, es sind ja halt die vier Tage frei. Also, Halloween und den ganzen Kack, wisst ihr ja. Oh, der Spawn da einfach. Warum auch nicht, ey. Ich sag gar nichts dazu, Alter. Naja, wie gesagt, bald ist ja auch endlich so weit, dass da aus BF1 ja erscheint. Es ist ja jetzt so gesagt der November, der Monat, in dem es kommt. Wie gesagt, ich hab allen auch gesagt in den letzten Folgen, schaut lieber das, so gesagt, die Filme dazu, für die Star Wars jetzt nicht kennen, weil sie werden nicht dann mitkommen in der Story. Das muss ich leider sagen, es ist aber so. Deshalb, wie gesagt, wenn ihr das Let's Play mit angucken wollt, würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall so gesagt, einige Filme zu schauen. Auf jeden Fall Episode 6 und 7. Das ist auf jeden Fall Priorität. Das muss sein, wirklich. Also, sonst kommt man da wirklich nicht mit, weil das Spiel ist ja schon in der 7. und 6. Episode. Ich schätze mal, ich werde auch im Let's Play einiges davon noch erwähnen. Oh, der überdreht sich ja fast, ey. Ja, den hab ich nicht dran gedacht. Oh, ich hoffe, der Held noch. So, die Basis ist da hinten. Oh, ja. Er sieht mich direkt, alter. Ja, warten wir mal. Aber wie gesagt, wenn wir das Hecken zusammen, wird der auch noch dabei laufen. Ja, ich hab mir die Idee, aber... Ach man, ich hab mir gemacht. Jetzt schon, ich hab mir gedacht, dass ich ihn wieder erwischt habe. Oh oh. Hier geht's ja wieder gut rund, ey. Alter, ich hab voll den Zaun in der Fresse wart. Autsch. Gar nicht cool. Scheiß mau, Junge. Das fühlt sich gut an. So, das war aber nicht unser Gebiet, wo wir hin sollten. Alter, alles ist auseinandergenommen. Müssen wir mal gucken, wo wir einen Schondland finden. Dass wir die Basis ausschalten müssen. Naja, wir sollen sowas mal angucken, wie wir sagen. Wo wir die Ding auseinandernehmen. Wo ist die Ding? Was? Hä? Wo? Ach, das Spiel haben wir sich selbst. Na, was soll er machen? Äh, komm mal noch mal. Ich rede jetzt halt... Ach, du Scheiße. Ja, da kommt der sogar hier. Du brauchst hier nicht mit deinem Scheiß kommen, Junge. Noch so einer. Was? Kommt raus? Alter. Ich würde mich nicht wundern. was für eine Ausziehung über Seattle wer ja weiß, so gesagt, ein Schiff wird ja bei uns gebaut ja, das Thema Kreuzfahrtschiff muss ja einfach sein, Leute, weil es sieht echt so geil aus also wie gesagt, bei uns wieder ein Schiff gebaut und das soll hier in dem Bereich fahren Alaska, so gesagt, ist ja Seattle also das sieht echt schon richtig geil aus, wenn man da hinten hingehen könnte auch ins Open World ist, es ist, es ist da nicht ganz, schade so, um den Schornstein, da hinten ist ja ein DUP ach, wir sind direkt bei der Zentrale mal gucken, wo die Stößen da sind hat gut funktioniert ja, ich glaube, wir werden hier noch sehr viel Spaß haben was ist denn der Heavy überhaupt, ist er weggeholt? ja, der hat sich wohl verpetzt na, Gott sei Dank darauf haben wir jetzt einen Schornstein sieh da einen Schornstein, Leute wir brauchen einen Schornstein da ist er weg da liegt der andere ach, da hinten voll übertrieben das ist die Basis das ist die Basis also, wenn wir mal ausgucken die Affen würde ich sagen also, wenn wir da hinten hin das sind die Stürme da oh das ist nicht fest du siehst mich nicht du siehst mich nicht A3 will er ja nicht so, wir sind dann später so eine ausgeschaltet schon mal der ist er der ist er da schon wieder, Alter hier, ihre Türme, Alter hier, und Imperium hier, sieh da sind du schoess haha ey, wir sind so dumm wir sind so dumm das muss aber so ja, da bin ich tot ja, schade voll die dupi hochburg alter ist das hier und auch ich bin da gibt es nicht willst du mich verarschen okay 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 das könnte auch eine größere küste werden als ich dachte ja hallo voll die jupi hochburg ey eine statusmeldung, eine statusmeldung ich bin auch so ein status, alter facebook, mein schatz äh? was soll i sagen hm 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 when were you ... seh wir doch so sehr schwitzig so. ach du scheiße noch so einer alter ich glaub ich glaube dann rennst du hier um die deckung darf ich hauen euch ihr Pisser das ist immer wie wir so an so einem Decklein da diese Sturmkippler einfach heiße die sind so dumm alter sagen alles da rüber und schießt noch einer auf euch da drüben ist noch so einer wieder okay leute ich beende erstmal die folge und wie es weiter geht es in der nächsten folge bis dahin euer Deiner Fett Ciao mit Vau